Letzte Einhau und es kann auch um die Ecke gehören. Aber dafür haben wir heute Malm und passt doch, oder? Noch nicht mal die Sonne ist ganz oben. Malmögen. Naja, eigentlich wollte ich heute auf den hohen Berg fahren und gleichzeitig die Sonne sehen, aber kann ich jetzt nicht mehr schaue. Nur ein bisschen zu viel, bis dann. Oh, das ist trotzdem schön. Na gut Leute, wie gesagt Einhörner viel zu spät. Zwei Hörner gibt es nicht. Wir stehen auf der Weide. Kommt einer. Hau dir mal rein. Bleibt gesund. Sagt er jetzt jeder zweite. Tschüssi. 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 Tschüssi.